und herzlich willkommen hier ist wieder euer gamer chago in der nfmarsch natürlich im single player und ja wir werden hier noch das fehlding dann ist es auch fertig theoretisch und praktisch und daher hoffe ich ja mal dass das alles funktioniert wie ich mir das denke wir haben dann nämlich jetzt bei null angefangen gleich alles gemacht jetzt trägt auch nichts an großartig ach so ich müsste ja dahin gehen genau und so ist ein dicker boden ist noch er wird schon ja egal ihr werdet es bestimmt schon wissen wie und was war das auf alle fälle jetzt hier also das wird schon passen also ich auch natürlich durchlaufen und das ist dann müsste das ja dann hier ins grüne theoretisch steckt wird schon wird schon werden der ist da dann werden wir jetzt mit denen hier noch mal schnell den links rein fahren immer rein das ist nämlich auch hier gleich mal hier um dann und der rest da bleibt alles aber die machen wir dann immer ist genau dann passt das auf alle fälle haben wir mit dir jetzt zum bahnhof günstig ist aber mal schauen so gucken wir mal wo haben wir hier dünner stehen dünner 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 wo ist das jetzt mhm mhm ankauf auf Wie habe ich denn das jetzt mit den Eiko gemacht? Eiko war da. Die Markersetzung ist auch da. Aber teurer. Perfekt. Gehen wir lieber zum Hafen. Schauen wir mal da. Günstiger. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ach so. Die kaufen das an und die verkaufen das hier. oder wie sehe ich das falsche wird die kaufen das an okay ja dann immer das ja hier in der rei dinge und und wir machen das jetzt mal mal aber es ist das nächste mal wieso das normal jetzt bezahlen kohle ist weg aber gerade simon ist ich kurz ist natürlich ja schon mal nach außen aber naja aber nichts machen es ist halt so sich doch die jennings da holen sollen was günstiger gewesen naja egal jetzt haben wir es so gemacht und und was macht jetzt hier ach der ist ja schon ich wäre aber sparsam wäre eigentlich richtig sehr sparsam komisch aber okay wenn alles seine richtigkeit haben das ist dann allgemein wir müssen hier nochmal müssen und neue aber ich sage mal so für die nächste die nächste nächste ernte hier sei mal reicht es doch mal wieder traktor aussieht die weise weil ich nie weiß aber egal ist es dann haben wir jetzt alles durch sage ich mal aber das ist aber das ist ich 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 Denke ich mal zumindest. Denke ich mal das ist was dann da wieder. Naja das wird schon an. Bei Richtigkeit haben wir. Wird schon alles seine Richtung. So jetzt komm jetzt tut es richtig schön hier. Ist klar habe ich mir schon gedacht. Gleich wieder selber hier durch. Dann sind wir ja schon da. Auch schon wieder erledigt. Aber warum das jetzt hier. Angst ist das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Naja vielleicht habt ihr ja eine Idee. Wenn ihr mir da helfen woran das liegt. Was. Aber naja so wichtig ist das jetzt. Ohne. Ja. Ist da. Auf tanken das Ding. Was das auch. Ja dann haben wir jetzt natürlich ein bisschen sparen müssen. Viel sparen müssen. Wieder den Kredit abzuholen. So und du fährst jetzt mal zur Werkstatt. So. So. Warte mal. Ich kann dir. Geernte. Geernte. Also. Passt das doch. Hand ist ja. Äh. In Ruhe. Gär. Passt das auf allem. Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Putzen und wieder wegräumen, dann passt das auch auf alle Fälle, dann ist das auch in Ordnung. Dann haben wir den aufgeräumt wieder und das sieht wieder perfekt aus. Dann gibt es ein Thema und ein paar. Ein bisschen Ordnung auf dem Hof muss schon sein, finde ich. Weil da noch keine Ordnung ist. Unter. Oh, ich komme in. Hier wieder unsere Nummer. Ich dran machen, so wie es sich gehört und dann passt. So, warte mal, jetzt schauen wir mal, ob wir, äh, äh, was wollte ich denn jetzt? Genau. Hier mittlerweile was gibt. Natürlich nichts, das kann auch nicht sein. Mal, wenn man hier sieht, da ansehen, 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 das gibt es ja gar nicht. So, naja, dann werde ich mal hier den Rest noch wegräumen und aufräumen. So, naja, dann holen wir den Hänger, den Hänger holen den ein. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und, ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Euer Gema Chago. Ciao, ciao.